das stimmt okay dann auch so ab 8 gehen bei mir dann nach dem stream sozusagen ok naja ist auch ein wort ok nach montag weiß ich noch nicht muss ich gucken wie ich dann fühle ich noch der arbeit montags weist so ein scheiß tag aber ist ja nicht weiter schlimm auch so kann werde ich hier schon irgendwas ausrüsten was werden wir machen ja aber werden wir das machen ist die frage gut dann haben wir pilgerreise noch mal ein download zu machen weil er loskommt da ist schon nicht schlecht auf jeden fall muss ich auch sagen gefällt mir das stimmt so das ist gut das ist sehr gut ja was hast du jetzt eigentlich einen platz frei oder hast du noch gebaut nö wir haben jetzt wegen level wahrscheinlich war seitdem auf jeden fall die nano dinge das war also immer einsammeln das ist ja soweit klar das ist natürlich die frage ob man die jetzt ständig immer einsam haben dann haben wir was ich denke schon verstehe ich jetzt nicht wir hatten was haben wir denn jetzt verbaut ich habe noch gar nichts gemacht das ist das doch weg das ist ja so ein bisschen muss ich auch sagen stimmt und los geht's so ist das die gleiche mission oder nee nee wir sollen jetzt äh doch ist ja wieder emissionsfortschritt das war aber eine andere im vorfeld das ist egal erst mal den download und dann container einsammeln huch wir sind jetzt ein bisschen wendiger ich habe nämlich drei punkte in wendigkeit investiert also sollten wir ein bisschen besser fliegen können hoffe ich ja also dasselbe wie vorhin mit dem download also oh ja jetzt wirklich wendiger gell ja dann los was da mal drin rechts ist oben was ja stimmt ach ja stimmt das große ding war verlassen anlage ja könnten war nach der mission machen wenn wir das rechtzeitig schaffen so ich habe auf jeden fall einmal den sauber aktiviert ja sehr gut jetzt mal was hier so geschützer aktiviert na was frage ich überhaupt nach klar sind sie aktiviert so act type is commencing one of the ships circuit breakers has been tripped Ja, ja, hab ich auch schon gehabt. Ich gehe mal zum nächsten Netzdingens hier. Wo haben wir es? Wo muss noch einer sein, glaube ich. Es waren noch drei. Ja, ja, ich sehe schon, ja, ja. Oh, das Schiff ist außer Betrieb, sehe ich gerade. Ja, ja, ich mache das hier weiter, alles gut. So, check. Da oben. Ich sollte, dass wir in ein Schiff kommen, ich habe nicht kaum noch Sauerstoff. Die ganzen Boots machen Sauerstoff, irgendwie Verlust anscheinend. Jetpack-Schub, mal gut zu wissen. Wie bitte? Warte, ich komme auch wieder raus? Ja. Nichts weiter? Nein, nein. Okay. Also kein Boost, ne? Okay, gut zu wissen. Ich bin gespannt, ob man hier Handfeuerwaffen hat. So Gewehre und sowas, weißt du? Naja, jetzt ist die Frage, ob nach Opa's so eingefüllt wird, sowas in der Richtung ins Spiel. So, alles klar. Das ist schon geil, muss ich echt sagen. Ach so. Ach so, warte mal. Ich kann doch was reparieren, sehe ich gerade. Um die Download-Geschwindigkeit zu erhöhen. Machst du das bei dir gerade? Ach, da bist du gerade dran. Ach, hier, warte mal, ich sehe das schon gerade. Moment. Ja, 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 hier kann ich was reparieren. Okay, Augenblick. Komm schon runter mit dir? So. Ah, 60% Download-Geschwindigkeit. Sehr gut. Da muss noch mehr gehen. Oh, wir haben reingekriffen. Ah, das schießt zurück. Ja, ja, ok. Ach, da unten noch. Anomalist jump signature detected. Warte mal, ich muss reinkommen, ich habe den nicht verstanden. Entschuldige, Moment. So, was hast du gesagt? Ob du noch draußen repariert hast? Ja, ja, ich habe repariert, das sind wir bei 100% Rotorbonus. Also das ist alles in Ordnung. Müssen wir kurz warten jetzt. So, das ist ein hoher Strom. Hostile reinforcement. Anomalist jump signature detected. So, ich muss jetzt gucken. Ja, siehst du, ein bisschen mehr Durchblick hier und schon flutscht das Meer. Oh, das ist was dickeres gerade angekommen. Na ja. Hier ist eine Bomber, ok. Das war ein Treffer. Kann man nicht wahrsehen. Oh, das war ein Treffer. Kann man nicht wahrsehen. Aber guck mal, diese komische Mod-Slot hier ist wieder raus aus den Geschützen. Da sehe ich gerade. Schade eigentlich. Ist das raus? Na ja, hast du doch hier eine Mod eingebaut vorhin. Wie ist es raus? Hier oben, ja. Komischerweise. Hier war es zum Schiff und flieg mal ein bisschen rum. Ja, stimmt eigentlich, ja. Ach so, hier kann ich viel, ach da kann ich viel benutzen. Ah, sehr schön. Ich glaube wir haben keinen Antrieb. Doch haben wir. Boah, fliegt doch mal vernünftig. Man kommt schon. So, ich bin ja im Rückplatz. Ah, guck mal hier. Nanolegierungsammlung. Hast du den Greifer wieder bereit? Irgendwie? Ich aktiviere gerade, aber ich hoffe, dass ich hier noch nicht da habe. Ah, siehst du, sehr gut. So. Na ja, warte mal. Es ist noch raus. Ich muss ein anderes mal weiter. Na, ist gut. Haut erst mal hin. Dann können wir mal hinten diese verlassenen Anlage noch mal besuchen. Jo, mach mal. Oh, wir haben einen Schaden draußen sehe gerade. Ja. Na, macht er das jetzt hier? Ne. Bleib mal kurz. Also einfach ziemlich gut leuchtet und sowas. Also so erfahrlich leuchtet und auf jeden Fall immer einsam. Ja. Jo, alles klar. Wir haben ja einiges, was wir einsameln können. Oh, da kommen wieder Feinde. Na, ist egal. Alloys added to ship stores. Anomalist jump signature detected. Anomalist jump signature. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt haben wir auch Minen hier drin, also Verbündete, das passt Siehst du jetzt eigentlich zum Auge hin oder schaut es da aus? Nein, ich will jetzt hier noch die ganzen Sachen einsammeln lassen, die wir hier haben, weißt du? Dann würde ich zu der verlassenen Anlage gehen So, ich glaube, jetzt haben wir erstmal alles eingesammelt hier in der Umgebung Halt, so, umschau'n, so So, umschau'n Oh, kai Oh, kai Oh, kai Oh, kai Oh, kai Oh, kai Und wir atmen ist ja schwer, ich weiß gar nicht warum Hast du auf deinen Anzug an? Eigentlich nicht, bin ich ausgezogen So, ich weiß gar nicht warum, ich weiß gar nicht, ob wir uns vielleicht doch lieber zurückziehen sollten So, ich weiß gar nicht, ob wir hier noch ein paar Sachen forschen können Vielleicht bin ich halt unterwegs, da hin Ja, man kommt noch Antriebsleistung rum, die Na gut, wir erstmal hier die ganzen Mistkerle beseitigen So, ich weiß, ähm Ähm Wer geht's denn her? Ja Tja, keine Ahnung Ich würde sagen, da fällt auch einsammeln Wir schießen nicht mehr, doch Doch, tun wir Reinforcement Call interrupted, good job Ja So, bist du unterwegs noch im Auge jetzt, oder schaut's aus? Ja, wir sind unter dem Auge, ja Ja, wir haben jetzt schon viel Bedrohungen um uns rum Unter anderem zwei schwerere Autokämpfer Warte Diggi, warte Ja Ja, ja Ja, ja Ja Oh, wir können aber jetzt mal atelier Power network overloaded, circuit breakers maxed out Ich muss mal gucken, dass wir unten gehen, ich muss mal gucken, ob wir das Strom in die Erde gehören. Okay, warte mal, kann man das dann hier oben bauen. Ja, wir können noch Abgeld auf dem Sturm machen, okay. Ah, geil. Ob ich nicht freigespielt bin, freigestanden, aber da haben wir Rang 6. Ach, okay. Ich brauche natürlich ganz leer, ich brauche so. Ah, jetzt haben wir den großen, den schweren Hollow-Kämpfer erledigt. Vielleicht den zweiten, dann sind wir gleich unter uns erstmal. So, dann gehen wir weiter leer ans Auge ran. Ja. Ich will natürlich frei, schön da ran. Naja. Ich muss gucken, noch ist ein Feierabend hier. Jetzt. Ready. Na warte, ich war noch näher ran. Ja, ich bin raus, ich bin raus. Ich bin raus, ich bin raus. Ich bin raus, okay, alles klar. Toll. Hä? Ist das schlecht? Boah, was soll ich denn alles ausmachen hier? Ja. So, Autobeschuss haben wir eingestellt noch, ne? Das Geschütz feiert noch, ne? Ja. Okay, alles klar. Dann werde ich noch hier ein paar Reparaturen machen. Ja, muss ich auch raus gehen. Warte, ich komm mit, ich muss raus. Da bist du schon draußen. Nein, guck, direkt. Okay, man kann hier rein anscheinend. Ach, wir brauchen Rumpf-Reparaturplatten, sehe ich gerade. Mal reparieren, der Schäden teilweise. Na, gucken wir, ob wir es herstellen können. Ich geh mal wieder rein. Äh, da. Scheiße, voll geht da raus. Ja, aber den leider nicht, da brauche ich dieses Dings für. Aber, wo kriegen wir das? Ach, hier, Rumpf-Reparaturplatte. Ja, herstellen. So, und wo ist jetzt? Auf Scheiße. Ach, da. Gut, dann geh ich jetzt mal raus reparieren. Wir haben die Rumpf-Reparaturplatte noch je gehabt. Ja, ha, ha. Echt? Wo waren die? Ich habe gar nicht gesehen, schade. Das war eh, da war das ein Dings. Oh, die hat eine gebaut, ok. So. Check! So, gut. Wollen wir weiter fliegen oder willst du noch mal reingehen? Ja, da wäre noch was auf jeden Fall, aber welcher hat sich das für uns? Na ja, probieren. Ich meine, alles mitnehmen, was wir haben, vielleicht. Ich kann ein Stück näher rangehen, auf jeden Fall. Wenn du ganz so weit hast noch. Auslöscher kommt. Auslöscher kommt, gut. Das ist nicht gut. Aber wo kommt jetzt ein Auslöscher? Links. Links, komm mal nach links. Ja, dann Rückzug, oder? Ja. Dann, ja, auf jeden Fall hinsetzen. Genau. Entrieb eingeschaltet. Los geht's. Bei mir stehst du noch. Krass, Alter. Ich bleibe immer stehen. Ja, ich bleibe immer stehen. Ist mir egal. So. Oh. Oh, den Container. Los geht's. Okay. Oui bis. Raymond kos, Valentin. Jay. Das ist das Emily. ajAL. Danke. Vielen Dank.